Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AlpCast. Episode Nummer 97 und heute mal in einem etwas anderen Setting und auch wie ihr sicherlich hören könnt mit einer etwas anderen Mikrofonqualität, was vor allen Dingen an technischen Problemen liegt und deshalb heute mal in ein etwas anderes Setting. Episode Nummer 97 und wie ihr im Titel schon erkennen könnt, es wird heute nicht ganz unkritisch, es wird nicht ganz unkritisch mir selbst gegenüber und nicht ganz unkritisch auch anderen Personen gegenüber, es wird nicht ganz unkritisch einer gewissen Fragestellung gegenüber und bevor ihr mich beschuldigt, ich war es nicht, ich sag es gleich, David Göttler ist schuld. Und für alle Leute, die David Göttler, das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint, aber für alle Leute, die David Göttler nicht kennen, er hat eigentlich das Ganze ausgelöst, was jetzt gleich passieren wird und was ich jetzt gleich sagen werde, denn David Göttler hat auf der Alpinmesse vergangenen Sonntag einen Vortrag gehalten, den Head, den hier also Haupt, hier Mainstay, den Vortrag halt von einer insgesamt sehr schwachen Alpinmesse, darauf kann ich vielleicht am Schluss nochmal zurückkommen, falls die Zeit noch reicht. Ich möchte aber auf jeden Fall vorrangig über die Alpinmesse im Sinne des Vortrags von David Göttler sprechen und vor allen Dingen über das, was er da gesagt hat. Für alle Leute, die David Göttler nicht kennen, David Göttler ist ein Extrembergsteiger, weiß ich nicht, also Extrembergsteiger finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, Er ist ein Höhenbergsteiger jedenfalls, er ist jemand, der vor allen Dingen für seine Hochgebirgsaktionen auf Everest, Lotse und Co. bekannt wurde. Er ist dafür bekannt, dass er vom North Face, von dem Unternehmen, gesponsert wird und in Auftrag von denen viele schöne Filmchen auch produziert hat. Er wurde ein bisschen berühmt über Ueli Steck, weil er mit dem relativ viel unterwegs war und sozusagen immer so ein bisschen sein Kompagnon war und dadurch hat er halt auch ein bisschen Berühmtheit abbekommen. David Göttler als Ganzes aber natürlich ein, unabhängig von irgendjemand anderem, ein sehr guter Bergsteiger und vor allen Dingen bekannt für seine Alpin-Stil-Aufstiege. David Göttler kombiniert etwas sehr Interessantes und auf diese generelle Feststellung werden wir noch ein paar Mal jetzt in den nächsten Minuten zurückkommen müssen, denn das ist ganz wichtig. Auf der einen Seite kombiniert David Göttler die klassischen Bergwege, also nicht die großartigen Varianten, sondern vor allen Dingen im Höhenbergsteigen die Normalwege, wie man so schön sagen würde, mit dem Stil eines Alpenbergsteigers, der ja eigentlich gerade sehr leicht und vor allen Dingen in einem kleinen logistischen Ausmaß unterwegs ist. Wir werden später sehen, dass diese zwei doch voneinander heute sehr losgelösten, abgekoppelten Welten in David Göttler zwar eine sehr stimmige Zusammenbringung finden, zum anderen muss man aber ehrlicherweise auch sagen, dass es Widersprüchlichkeiten in seinen eigenen Argumentationen gibt. Zu Beginn ein wichtiger Disclaimer. Ich persönlich schätze David Göttler als Bergsteiger sehr, ich schätze auch seine Argumentation und ich schätze auch vor allen Dingen seine Art des Bergsteigens sehr viel mehr, als beispielsweise den bergsteigerischen Stil eines Nimstalpurja oder einer Christine Harilla, diese ganzen Möchtegern-Bergsteiger. David Göttler ist aber gleichzeitig jemand, der sehr genau weiß, was er sagen muss, damit er auch in der Öffentlichkeit weiterhin geschätzt wird. Er ist natürlich logischerweise abhängig von Sponsoren, das Ganze bedeutet sehr viel Arbeit und vor allen Dingen, und das ist etwas, was ich heute ja insgesamt am Bergsteigertum in der Öffentlichkeit auch sehr kritisieren würde und es wird in der weiten Zukunft von mir dazu auch nochmal eine Sache geben, zu der ich jetzt nicht so viel sagen möchte, aber das Thema dieser ganzen Online-Bergsteiger, das wird nochmal auf jeden Fall ein wichtiges Thema in der Zukunft werden, auch für uns alle. Und David Göttler muss das irgendwie alles kombinieren und wird dadurch sehr sensibel. Sensibel, nicht im emotionalen Sinne, sondern vor allen Dingen für die Worte, die er wählt und für die Befindlichkeiten einer Marke, die natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte mit ihren Produkten. Das ist ein heiß umkämpfter Markt, gerade das Bergsteigen auf jeden Fall. Und wenn man da als Marke einen Bergsteiger unterstützt, dann ist das natürlich immer insofern riskant, als dass der ja auch Blödsinn machen könnte, entweder eben keine guten alpinistischen Leistungen abliefert oder aber vielleicht auch unkluge Dinge sagt. Und unkluge Dinge sind meistens ehrliche Dinge und hier werden wir auch jetzt im Laufe der nächsten Minuten herausfinden, dass David Göttler, naja, sagen wir zumindest mal, den Verdacht erweckt, dass nicht alles, was er sagt, auch so gemeint ist und nicht alles, was er meint, auch so gesagt ist. Das ist ein Verdacht. Wie gesagt, ich schätze ihn aber trotzdem sehr, deshalb kann ich nicht ehrlicherweise sagen, dass ich unvoreingenommen bin. Ich bin ihm gegenüber eigentlich eher positiv eingestellt, zumindest wenn man es mit anderen Bergsteigern, die eine gewisse Berühmtheit genießen, vergleichen würde. Fangen wir bei dem Gesagten an. David Göttler spricht ja etwas Interessantes auf der Alpinmesse über das 8000er Bergsteigen an. Er orientiert sich vor allen Dingen am 8000er Mount Everest und beschreibt an Beispiel Mount Everest seine Art, die Berge zu besteigen. Das ist natürlich auch rein marketingtechnisch schon mal klug gewählt, der Mount Everest als ein Berg, dem jeder irgendwie was sagt, den jeder kennt und der vor allen Dingen auch in verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten nochmal anderweitig verwendet wird, als eine Art Superlativ natürlich genutzt wird. Dadurch ist der Mount Everest ja prädestiniert dafür, auch einen Vortrag, der für einen gewissen Wow-Effekt sorgen soll, zu leiten. Andere Leute kennen vielleicht noch den K2, aber bei so Wörtern wie Kang-Jeng-Jönger fangen die meisten Leute dann doch eher mit einer Schlaganfall-Diagnose an, als mit einer Assoziation mit den Bergen. Insofern schwierig, aber der Mount Everest hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung als Berg und genau darauf spielt ja David Göttler dann im restlichen Vortrag an, indem er beispielsweise auch sagt, dass das Bergsteigen auf dem Mount Everest allen Leuten gleichermaßen zusteht. eine Argumentation, die ich vor allen Dingen vor bis vor dem Vortrag so gar nicht geteilt hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Ich persönlich habe ja im März diesen Jahres bereits mal ein Video released zu den Zuständen am Kilimanjaro, bei dem ich euch näher bringen wollte, warum das Bergsteigen am Kilimanjaro eine problematische Angelegenheit ist. Andere Leute würden nicht mit dieser Art des Marketings an Berge herantreten und der Grund dafür ist ganz klar, denn niemand will einen Schlechträder von irgendwas sozusagen in seinen eigenen Reihen haben und deswegen ist es ganz logisch, dass man, wenn man über den Mount Everest spricht und gleichzeitig Sponsoren im Publikum sitzen, die Wort für Wort kontrollieren, ob das eigentlich dem entspricht, was wir sozusagen hören wollen, dann spricht man halt nicht schlecht. Klar, ist doch vollkommen logisch. Denn im Bergsteigen und vor allen Dingen im heutigen Zeitgeist, das muss man ehrlicherweise halt auch sagen, gilt so ein gewisser Positive Vibes, glaube ich nennt man das, Positive Vibes Stil jedenfalls, ein Stil in dem man immer über alles gut spricht, in dem man immer lächeln muss, in dem man immer alles positiv sehen muss, denn wenn man etwas negativ sieht, dann sind das gleich negative Vibes und wir möchten uns nur noch mit den schönen Dingen umgeben und deswegen blenden wir jetzt beispielsweise Ausbeutung von Menschen in Tansania einfach aus und dann klappt das schon irgendwie mit der Kilimanjaro-Bestaltung. Und das war genau das, was mich gestört hat und das war ja auch das, was dann viele Leute an mir kritisiert haben, dass ich so ein, dass ich alles immer so schlecht rede und so weiter. Wie gesagt, der Zeitgeist ist aktuell dieser und die kritische Berichterstattung rückt weiter in den Hintergrund. Firmen müssen auf diesen Zug ja aufspringen, sie verdienen ja nur ihr Geld dadurch, dass sie sich in gewisser Weise auch dem Zeitgeist anschließen und der Zeitgeist gibt halt heute vor, wir sind alle gut drauf und happy und es gibt keine Probleme, die Welt ist toll. Dass das gelogen ist, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. David Göttler gibt also wieder, dass das Bergsteigen am Everest jedem Menschen zusteht und am Anfang dachte ich mir, ich lasse mich auf diese Argumentation jetzt einfach mal ein und prüfe auch für mich selbst, ob er vielleicht deutlich weiter ist als ich, was diese Darstellung oder auch diese Erklärung für einen selbst heißen soll. Und für mich persönlich hat sich ergeben, ja, David Göttler ist sehr viel weiter als ich. Denn er ist insofern sehr viel weiter als meine eigene Feststellung, wie ich das sehe sozusagen, mein eigenes Bild davon, als dass David Göttler sagt, niemand hat in irgendeiner Weise das Recht dazu, jemand anderem eine Art des Bergsteigens zu verbieten. Und ich war in der Vergangenheit immer wieder dazu geneigt und dafür bitte ich insofern auch die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, um Verzeihung, weil es eine wahrhaft falsche Annahme, auch meinerseits und auch viele andere Bergsteiger, die dem auch so nachkommen würden oder das auch so sehen würden. Es ist eine vollkommen verklärte Sichtweise, dass wir Bergsteigen in richtig und falsch unterteilen können. Das ist ein Satz, wenn ich den laut ausspreche, stehe ich immer noch nicht zu 100 Prozent dahinter. Aber wir müssen uns auf ein Grundprinzip in den Bergen einigen. Und dieses Grundprinzip muss lauten, dass wenn unser eigenes Tun dadurch legitimiert werden kann, dass wir es für richtig halten, dann können wir keinen anderen Maßstab bei der Beurteilung anderer Bergsteiger anlegen. Wir müssen mit dem gleichen Maß messen. Und David Göttler macht das an einem Beispiel fest. Er sagt bei dem Vortrag auf der Alpinmesse, da sagt er, wir Bergsteiger oder er als Bergsteiger ist jetzt solo und ohne Sauerstoff unterwegs. Alle anderen Bergsteiger sind mit Sauerstoff in großen Gruppen mit sehr vielen Sherpas unterwegs und behindern ihn jetzt dabei, den Gipfel zu erreichen in einem früheren Jahr. Hängt mich jetzt nicht, ich bin ganz schlecht mit Jahreszahlen, ich glaube 2019. Da war er am Everest und musste umkehren, ich glaube es war 2019, weil so viel Stau sich akkumuliert hat und so viele Leute da oben waren im Gipfelbereich, dass er ohne diesen zusätzlichen Sauerstoff nicht sicher sein konnte, dass er es auch wieder gesund runter schafft. Und er wollte ja für sich allein unterwegs sein, im Sinne von unabhängig von anderen. Plötzlich rutscht David Göttler aber im negativen Sinne in eine Abhängigkeit und das ist etwas, was er überhaupt nicht reflektiert in seinem Vortrag. Denn er spricht auf der einen Seite natürlich davon, dass alle Leute weiter alles tun dürfen, solange sie quasi niemand anderen bei ihrer eigenen Sichtweise behindern. Und diese Ansicht ist natürlich fast schon, fast schon philanthropisch, wenn wir im bergsteigerischen Kontext reden. Denn diese Ansicht würde ja gleichzeitig heißen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn alle Leute um ihn herum sozusagen auch auf den Everest gehen in ihrem vollkommen individuell gewählten Stil. Wobei man natürlich von Individualismus nicht mehr sprechen kann, wenn über 99 Prozent aller Besteigerungen an Mount Everest mit Sauerstoff stattfinden, mit zusätzlichem, aber sei es dahingestellt, in ihrem individuellen Stil unterwegs sind. Zugleich halten sie sich aber ja selbst nicht an diese doch recht fast schon altruistische Sichtweise, dass wir alles tun können, was wir wollen in den Bergen, solange wir nicht andere Leute dabei behindern. Denn sie sind es ja, die jetzt quasi David Göttler dabei behindern, den Gipfel zu erreichen. Er sagt es ja selber, aber diese Schlussfolgerung, diesen weiteren Schritt auch sozusagen in der kognitiven Analyse seiner eigenen Situation am Berg jetzt, ich vermag nicht zu glauben, dass er es nicht am Schirm hat, dass er sozusagen einen Maßstab für die Welt ansetzt, die Welt aber einen anderen Maßstab für ihn ansetzt. Ich glaube, er hat das natürlich in einer gewissen Reflexion auch verstanden. Ich glaube nur, und das wäre jetzt sozusagen auch meine Kritik, dass er es nicht in der Lage ist, auf einer großen Bühne auszusprechen, dass es natürlich schlecht, wenn nicht gar Scheiße ist, wenn sozusagen die Bergsteiger ihren eigenen Willen und ihr eigenes Ziel über alles setzen und dadurch natürlich auch ein Risiko für David Göttler darstellen, der letztlich unter ganz anderen Umständen hier gerade steht. Das heißt, natürlich gibt es ein Potenzial für Ärger. Natürlich gibt es ein Potenzial dafür, dass Bergsteiger, die sich sozusagen die Umstände schwerer machen, als sie notwendig wären, natürlich einen gewissen Gräuel gegenüber den Leuten, die in diesem Stil nun versuchen, unabsichtlich sozusagen, also ohne eine gewisse Intention dahinter, David Göttlers Aufstieg letztlich zu verhindern. Dass das nicht offiziell oder öffentlich kommuniziert wird, lässt sich meinerseits nur dadurch erklären, dass es natürlich unschön ist, auch für Sponsoren, die ja ebenfalls kommerzielle, ganz normale Expeditionen unterstützen und Geld dadurch sehen wollen, langfristig, und auch natürlich wollen, dass die Leute für ihre Everest-Expedition bei North Face beispielsweise die Downsuits einkaufen oder für was auch immer für eine Expedition. Diese Firmen können es natürlich nicht sehen, nicht gerne sehen, wenn jemand unter ihrer Flagge mehr oder weniger sich plötzlich hinstellt und sagt, wir sind nicht dieselben Leute. Ich mache etwas Besonderes, ihr macht den 99% Scheiß. Natürlich kann er das nicht tun und natürlich möchte North Face das nicht sehen. Das ist aber unterm Strich zwar nicht verlogen, es entspricht aber einfach nicht der Realität. Und reelle Darstellungen sind doch genau das, was in den Bergen heute so dringend fehlt. Die Darstellung vom Bergsteigen und dem Alpinismus, wie er eigentlich ist, ist so notwendig wie das Wasser für die Fische. Weil gerade diese verfälschte Darstellung in den sozialen Medien, in denen auch David Göttler letztlich eine Rolle spielt, ist es doch eigentlich, die erst zu diesen immer weiter fortschreitenden Tourismus in den Bergen geführt hat. Zugleich ist natürlich richtig, unabhängig davon aus welchen Beweggründen jetzt das formuliert wurde, natürlich ist es vollkommen korrekt. Wir alle dürfen gleichermaßen in die Berge gehen. Ja, auch meine. Wie gesagt, ich möchte mich, ich möchte in diesem Sinne darum um Entschuldigung bitten. Natürlich darf ich es niemandem, egal ob Tourist, Bergsteiger, Alpinist, aus was man sich auch immer bezeichnen möchte, natürlich darf ich es niemandem absprechen, in seinem Stil, mit seinem Erfahrungsschatz auf die Berge zu gehen. Und David Göttler ist natürlich, sagt er zumindest selbst, nicht gekränkt, wenn die 99% es auf den Gipfel schaffen und er nicht, weil er eben unter sehr viel schwierigeren Umständen da hochgestiegen ist. Gleichwohl kann man ihm aber auch unterstellen, dass er selbstverständlich gekränkt ist, weil er sich selbst einem Stil ja zugrunde geworfen hat, aus dem er jetzt auch nicht so einfach rauskommt, Gesichtswaren, in dem er jetzt auch doch mit Sauerstoff hochgeht, damit er doch auch unter den 99% letztlich den Gipfel erreicht. Es braucht ja gerade in der Vermarktung als Alpinist, als vor allen Dingen als so eine Hochklasse, Weltklasse-Alpinist, wie David Göttler es letztlich ist, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Also selbst wenn David Göttler heute auch in seiner eigenen Philosophie sagen würde, nein, eigentlich ist für mich kommerzielle Expedition ganz gut und auch der zusätzliche Sauerstoff, würde er langfristig dadurch natürlich auch an Bedeutung verlieren. Es ist ja mehr oder minder der Job der Profi-Alpinisten in den 1%, in diesen letzten 1% der Spezialisten, der Spezialfälle, der Ausnahmefälle mitzuschwimmen, weil nur diese 1% letztlich sowas Besonderes darstellen, dass sie vermarktungswürdig sind. Heute haben immer mehr, sag jetzt mal Hobby-Alpinisten, wenn man das jetzt so nennen darf, Schwierigkeiten, Everest-Expeditionen über externe Sponsoren zu finanzieren, weil die Tatsache, dass es keinerlei, keinerlei bombastisches Alleinstellungsmerkmal für eine Everest-Expedition mehr gibt, ja genau dafür sorgt, dass die Leute eigentlich keine Finanzierung mehr kriegen. Es gibt ja nichts Berichtenswertes mehr, wenn jemand auf dem Mount Everest steht. Im Gegenteil, viele Firmen merken mittlerweile, dass es sich mit dem Everest schlecht Werbung machen lässt. Es gibt natürlich immer noch die Expeditionen auf den K2 beispielsweise, die dann sehr schnell mal finanziert werden und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Mount Everest ist das Marketing-Idee ja ziemlich tot. Deshalb braucht es dieses Alleinstellungsmerkmal, deshalb braucht es auch ein gewisses Restrisiko und das muss man natürlich auch in gewisser Weise verkaufen können. Und David Göttler ist in der Situation, dass eine eigene Philosophie des Bergsteigens heute eine Randerscheinung ist und dementsprechend verkaufswürdig ist, wenn man das so nennen möchte. Es könnte nämlich, stellen wir uns das doch einfach mal vor, ganz andersrum auch laufen. Stellen wir uns doch einfach mal eine Welt vor, in der das Bergsteigen ohne zusätzlichen Sauerstoff das normalste der Welt wäre. Es wäre 99% aller Besteigungen des Mount Everest würden ohne Sauerstoff stattfinden. Innerhalb von Monaten mit Akklimatisierung um Akklimatisierung, lange Prozesse, schwierig und so weiter. Eine ganz ganz kleine Randgruppe, das ist jetzt einfach nur ein Gedankenexperiment, nimmt zusätzlichen Sauerstoff in Anspruch und versucht durch den Vorteil, den man dadurch letztlich gewinnt, so schnell wie möglich auf dem Everest zu sein. Die Randgruppe ist es nun, die vielleicht versucht Speed-Essence aufzustellen, in weniger als 12 Stunden vom Basislager auf den Gipfel und solche Geschichten umzusetzen. Natürlich klingt das jetzt absurd, aber man kann schon festhalten, dass die Einzigartigkeit des Bergsteigens vollkommen selbst gewählt ist. Die Masse macht vielleicht das, was am einfachsten ist. Vielleicht auch das, was am einfachsten scheint. Aber ganz so trivial ist das gar nicht. Gehen wir noch mal kurz zurück zum Kilimanjaro, weil das ein sehr gutes Beispiel ist. Ein einfacher Wanderberg. Der Kilimanjaro ist als einfacher Wanderberg dadurch verschrien letztlich, weil sehr viele Leute dort sind, die eben dann letztlich die Masse bilden, logischerweise, und gleichzeitig aber sich recht schwer tun, weil sie sehr unerfahren sind. Sie haben keine Ahnung vom Bergsteigen, sie wissen nicht viel übers Wandern, sie kennen ihre eigene Ausdauer- und Leistungsfähigkeit am Ende des Tages nicht. Das klingt ja eigentlich gar nicht so leicht. Viel leichter wäre es ja, wenn sie sich entsprechend vorbereiten würden, vielleicht viel trainieren würden vorher und dann fit und vor allen Dingen mit einer gewissen Grunderfahrung an den Kilimanjaro gehen. Das wäre ja viel leichter. Man darf also nicht immer annehmen, dass die Masse auch gleichzeitig den leichtesten Weg bestreitet. Man kann, oder zumindest würde ich nicht behaupten, dass ich sagen kann, was der leichteste Weg ist, auf den Mount Everest zu kommen oder auf irgendeinen anderen Berg zu kommen, denn noch leichter als beispielsweise mit dem Sauerstoff, mit dem zusätzlichen Sauerstoff, einfach hochsteigen, wäre ja mit dem Helikopter hochgeflogen zu werden. Es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, die es durchaus denkbar machen, dass man in einigen Jahren mit dem Helikopter oder vielleicht sogar einer Seilbahn auf den Gipfel des höchsten Berges der Welt kommt. Es geht jetzt nicht um Praktikabilität, es geht jetzt nur um ein Gedankenexperiment. Ich möchte nur klarstellen, dass wir Bergsteiger, selbst wenn wir unter der Masse sind, nicht automatisch die einfachste Art und Weise des Bergsteigens unternehmen oder die einfachste Art und Weise, einen Gipfel zu erreichen. Das ist vollkommen falsch. Wir nutzen die Möglichkeit, die in der Masse angeboten wird. David Göttler macht das nicht. David Göttler sagt ja, dass wir sozusagen das Bergsteigen so betreiben sollten, dass wir in gewisser Weise nachhaltig unterwegs sind. Gut, darüber kann man immer streiten, wenn wir ans andere Ende der Welt zum Bergsteigen fliegen, aber dass wir es vor allen Dingen möglichst selbstständig ausüben sollen. Und diese Selbstständigkeit ist ja auch wieder was, da kann man sich ja nur wundern, wenn man David Göttler zuhört. Die Selbstständigkeit und er reflektiert in seinem Vortrag, das muss man ihm ja hoch anrechnen darüber, die Selbstständigkeit ist ja nur dann gegeben, wenn wir beispielsweise vollkommen allein wären. Das sind wir ja nicht. Wir könnten am Mount Everest natürlich sterben, wenn wir in einem Ausmaß dort unterwegs sind, wie es beispielsweise David Göttler tut. Das Risiko letztlich wäre sehr viel größer. Wir sind aber deshalb trotzdem nie allein. Das heißt, die Selbstständigkeit ist zwar im Tun gegeben, aber nicht im Scheitern. Und zugleich, ich meine, David Göttler kann sich natürlich einreden, dass niemand bereit wäre, ihn in irgendeiner Weise zu unterstützen, wenn er da oben Probleme kriegt. Ich würde mal sagen, dass es doch eine gewisse Grundbereitschaft gibt, Menschen zu helfen, auch wenn wir seit Mohammed Hassan wissen, dass die Hilfsbereitschaft im Höhenbergsteigen nicht gerade das ist, wofür sie bekannt ist. Aber gleichzeitig haben wir zum Beispiel die, ich sage jetzt mal, wie Ronald Messner es sagen würde, die präparierten Pisten, die auf dem Gipfel des Mount Everest über den Normalweg führen. David Göttler sagt ja selbst, er nimmt den Normalweg, er nimmt die Leitern und die Fixseile zur Hilfe, weil sonst die Chance, es zu schaffen, noch weiter absinken würde. Damit gesteht sich David Göttler aber natürlich die Nutzung der Infrastruktur zu, die fremd geschaffen ist, zum einen. Und zum anderen lässt sich dadurch aber auch sehr sicher sagen, dass auch David Göttler eine Abwägung machen muss zwischen dem, was er bereit ist zu riskieren, um erfolgreich zu sein oder im Zweifelsfall eben zu scheitern und wieder umkehren zu müssen und eine Abwägung dabei macht, wie weit er dafür gehen würde, für diese Selbstständigkeit. Denn er könnte natürlich auch, wie Just Kobusch es im Winter diverse Male versucht, über eine vollkommen unbekannte oder vollkommen wirre Route beispielsweise den Gipfel des Mount Everest zu erreichen und das ohne Sauerstoff und das in diesem Fall im Winter. Womit ich nicht sagen will, dass ich den Ansatz, wie Just Kobusch sich verkauft, gut finde. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte nur darauf hinaus, dass David Göttler sich natürlich nicht auf die Fahne schreiben könnte, dass das, was er tut, sozusagen die Elite-Klasse des Bergsteigens darstellt. Ähm, Just Kobusch könnte dem nämlich gegenüberstellen, ne Moment, das, was ich versuche, ist die höchste Güte-Klasse sozusagen im Bergsteigen. Man sieht also, sich hier auf einen moralischen High-Ground zu begeben oder auch auf die Frage, was ist falsch und was ist richtig einzulassen, könnte sehr schnell damit enden, dass ein anderer da steht und sagt, nein, denn selbst ich kann noch einmal einen drauflegen. Und wir können in den Theorien das Ganze ja immer weiter und weiter und weiter spinnen. Der Erfolg, das ist ja oftmals ein Argument, gibt den Leuten ja dann Recht. David Göttler beispielsweise war am Everest letztlich erfolgreich, aber hat ihm der Erfolg dadurch auch Recht gegeben? Schwer zu sagen. Denn zum heutigen Stand können wir sagen, Just Kobusch hatte Unrecht. Just Kobusch hat sein Maul sehr weit aufgemacht und ist jetzt zweimal ordentlich auf die Fresse geflogen, wird es vielleicht auch noch ein drittes und viertes Mal tun, falls er es dann nochmal probieren wird. Er hat medial dafür ziemlich abgeräumt, aber grundsätzlich kann man sagen, alpinistisch gesehen ist er aufs Maul geflogen. Man kann ihm aber deshalb nicht absprechen, dass diese kühne Idee deshalb Quatsch ist, weil wenn er es eines Tages und wenn es nicht er ist, vielleicht der Coast Jobusch oder wer auch immer, es dann doch schaffen sollte, dann wäre ja sozusagen die komplette Reihe der Argumentation, die zuvor aufgebaut wurde, um zu beweisen, dass sozusagen der Stil von David Göttler das richtige Bergsteigen wäre, im Höhenbergsteigen beispielsweise, würde ja mit einer Sekunde zusammenstürzen. Plötzlich wäre das richtige Bergsteigen das, was dann der Joost Kobusch oder der Joost Kobusch der Zukunft sozusagen in seinem Projekt umgesetzt hat. Deswegen mag ich es nicht. Ich sage es mal vorsichtig. Ich mag es nicht, wenn wir behaupten, zu wissen, was Bergsteigen letztlich ist. Deshalb schätze ich es auch in gewisser Weise sehr, wenn David Göttler sagt, Bergsteigen ist das, was wir tun und wie wir es tun, ist eine private Angelegenheit im Prinzip und wir können alle machen, was wir wollen. Es ist alles legitim. Nicht mal mehr oder weniger legitim. Alles, was wir auf den Bergen tun, ist legitim. David Göttler fordert deshalb auch eine deutlich stärkere Unterscheidung in dem Wie und nicht in dem Was. Und das wäre ja im Prinzip auch eine sehr, sehr interessante Kategorie, in die wir quasi Besteigungserfolge einteilen könnten. Aber so ganz einfach ist das ja dann eigentlich im Bergsteigen auch wieder nicht. Denn wir wissen alle, wie schwierig es ist, auf den Hausberg zu kommen, wenn es regnet. Im Vergleich dazu, wenn es trocken ist. Egal welcher Hausberg der Welt, er ist nass definitiv schwieriger als trocken. Er ist im Winter definitiv schwieriger als im Sommer. Die Mikrobedingungen, die letztlich bei einer Bergtour vorherrschen, zeigen doch schon, dass eine Vergleichbarkeit, egal in welcher Kategorie, vollkommen überflüssig ist. Es gibt also ein gewisses Prinzip der Gleichheit im Bergsteigen, denn wir alle wollen einen Gipfel erreichen. Es gibt aber immer, und zwar immer immer, auch das Element der Ungleichheit, das einerseits natürlich in den Bedingungen, die vorherrschen liegt, aber zum anderen natürlich auch in der Frage liegt, ob wir als Menschen, die ja per se nicht gleich sind, überhaupt immer die gleichen Voraussetzungen mitbringen, um einen Gipfel zu erreichen. Um das jetzt mal an einem medizinischen Beispiel festzumachen, was ich damit meine. Stellen wir uns doch mal vor, wir haben den Höhenbergsteiger Max Mustermann. Er war in seinem Leben noch nie über 3000 Meter unterwegs, aber er möchte jetzt in das Höhenbergsteigen einsteigen. Das Höhenbergsteigen ist ja eine Sache, wo wir wieder eine gewisse Gleichheit schaffen können, indem wir quasi die großen kommerziellen Expeditionen haben. Aber nun stellt sich heraus, Max Mustermann ist nicht höhentauglich. Max Mustermann hat eine schlechte Leistungsfähigkeit bei einem verringerten Sauerstoffdruck. Ist das jetzt noch Gleichheit, ist die Frage. Wenn das nicht hingreichend klar geworden ist, was ich damit sagen möchte. Natürlich gibt es keine ultimative Gleichheit. Es gibt keine ultimative Vergleichbarkeit in den Bergen. Es wird immer Faktoren geben, die uns besser oder schlechter auf der Natur performen lassen, also Leistung erbringen lassen. Und viele dieser Faktoren haben wir selbst nicht in der Hand, womit Vergleichbarkeit immer schwierig ist. Und deshalb ist das Bergsteigen wie David Göttler es betreibt, genauso legitim wie das Bergsteigen, das beispielsweise Nimstaipurja betreibt. Es ist gleichermaßen legitim. Und auch die Kunden von Nimstaipurja betreiben eine sehr legitime Art und Weise des Bergsteigens. Und auch die Flipflop Touristen am Kilimanjaro betreiben eine legitime Art des Bergsteigens. Das ist der Punkt, an dem auch ich meine eigene Position massiv überdenken musste. Meine Position zuvor war, es gibt Menschen, die haben in den Bergen nichts verloren. Und genau das war auch das, was ich damals im Kilimanjaro-Video genauso formuliert habe. Wenn man weiß, worum es geht, hast du dort nichts zu suchen. Wenn man es nicht weiß, hat man dort auch nichts zu suchen. Das war meine Aussage damals und ich muss sie insofern verwerfen. Nicht im Sinne der politischen und Armutszustände in diesen Ländern. Dabei bleibe ich. Aber im bergsteigerischen Sinne. Wenn wir uns jetzt nur auf das Bergsteigerische konzentrieren, kann man sagen, auch wenn ein Tourist nur mit Flipflops den Kilimanjaro hochsteigt, er hat das Recht, das zu probieren. Der Rappenschwanz, der dann daran hängt, dass Scherpers sich in Gefahr bringen müssen, um jemanden mit Flipflops zu retten, weil das sozusagen unsachgemäß ist und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein Kapitel, darüber kannst du ein eigenes Buch schreiben. Aber die Tatsache per se, dass es eine Berechtigung dazu gibt, dem Ganzen einen Versuch zu geben, die ist nun mal Fakt. Auf die können wir uns einlassen und auf die müssen wir uns auch einlassen. Es ist sehr viel Hass und sehr viel Wunsch nach einer Ungleichheit in den Bergen heute wieder zu sehen. Das ist etwas, das habe ich ja auch in meinem letzten Video zu meinen Lowlights des Jahres in Sachen Hochtouren festgestellt. Die Ungleichheit nimmt wieder zu im bergsteigerischen Sinne. Der Rest der Gesellschaft, den können wir jetzt ausklammern, das hier ist ein Bergsteiger-Podcast. Die Ungleichheit nimmt zu und der Wunsch nach Ungleichheit nimmt zu. Der Wunsch nach Individualität und der Wunsch nach Gleichheit können nie gleichermaßen vorhanden sein. Denn die Gleichheit raubt der Individualität sämtliche Existenzberechtigungen. Eine Individualität innerhalb der Gleichheit kann es nicht geben. Somit müssen wir auch feststellen, dass der Wunsch nach Ungleichheit, nämlich der Wunsch, sich dadurch zu profilieren etwas anders zu machen als andere, immer stärker wird, aber gleichzeitig damit auch einhergeht, dass in der öffentlichen Meinungsbildung bewertet wird, egal ob das die Betroffenen nun wollen oder nicht, in der Regel wollen sie es, bewertet wird, ob das nun besser war, ob das eine Individuelle besser ist als das andere Individuelle. Im Sinne der Gleichheit würde der Mensch das niemals tun. Würden wir uns alle in einer Gleichheit zusammenschließen und sagen, wir einigen uns darauf, dass wir alle Menschen sind, die alle auf den Gipfel wollen und der Weg ist vollkommen egal, dann gäbe es auch keinerlei Scherkräfte zwischen den Meinungen und zwischen den Darlegungen der Erlebnisse. Somit ist der Individualismus etwas, was wir zwar schätzen können, aber gleichzeitig auch für eine gewisse Reibungsfläche sorgt und die dürfen wir nicht so weit ausarten lassen, dass wir sagen, du hast eine Berechtigung in die Berge zu gehen, du hast keinerlei Berechtigung in die Berge zu gehen, du so mittel, aber nur, wenn du diesen Weg nimmst oder diesen Weg nimmst, wenn du diesen Weg nimmst, ist es schon wieder eher nicht berechtigt, wenn du diesen Weg nimmst, ist es berechtigt. Das sind Systeme, die niemals funktionieren können. Wir können das alle nicht ändern. Wir können aber feststellen und festhalten, dass das System der Gleichheit in den Bergen ein toleranteres System ist. Dass das System des Individualismus oder dass der Förderung der Ungleichheit natürlich auch ein sehr intolerantes System ist. Denn erst wenn die eigene Ansicht sozusagen die Weltansicht ist, sind wir zufrieden. Man kann das diplomatischer formulieren, wie David Göttler es tut, der sagt, wir alle dürfen machen, was wir wollen, zugleich aber selbst daran gehindert wird, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, aufgrund der Tatsache, dass alle tun, was sie wollen. Er stirbt sozusagen, also er stirbt nicht, also seine Idee in diesem Jahr XY, den Gipfel des, ich glaube 2019, den Gipfel des Everest zu erreichen, die Idee stirbt in dem Moment, in dem sozusagen der Individualismus und er, der selbst als Individuum mit einem ganz anderen Einsatz letztlich am Gipfelgrad ankommt, aneinander reiben. Und er in dem Fall dann letztlich der Schwächere ist und zurückstecken muss. Das ist der Auswuchs des Individualismus. Da würde man sagen, David Göttler bringt eine gewisse Diplomatie hinein und sagt, das ist okay so. Ich frage mich persönlich schon, wie okay das eigentlich ist, für einen Menschen so viel Geld, Mühe, Aufwand, Arbeit, Training und so weiter in eine Sache zu stecken und dann am Individualismus, von dem er auch irgendwo wo er selbst abhängt, letztlich zu scheitern. Schwierig. Man kann sagen, diese massive Reflexion ist in ihm gegeben. Man kann aber auch sagen, er hat sich das für die Vorträge sehr diplomatisch zurechtgelegt. Ich möchte weder das eine noch das andere ihm unterstellen. Der Individualismus in den Bergen ist nicht nur negativ zu sehen. Es ist schön, dass wir alle heute genauso bergsteigen können, wie wir es wollen. Auf der anderen Seite sollten wir aber vorsichtig sein in der Kritik, wenn wir den Individualismus anderer Leute und selbst wenn der Individualismus darin ausartet, dass 99% es gleich machen. Es ist eine individuelle Entscheidung, wie man es macht, selbst wenn man sich einer Masse anschließt. Wir sind dann immer noch nicht im Prinzip der Gleichheit angekommen. Wir haben keine Normierung für das Bergsteigen bis heute. Die einen würden sagen, zum Glück, die anderen würden sagen, leider. Es ist insgesamt ein schwieriges Thema. Wir können niemanden aus dem Bergsport ausschließen und wir sollten auch sehr vorsichtig sein, das zu tun. Es gibt Forderungen in der Bergsteiger-Szene und gerade unter, ich sag jetzt mal, Leuten, die einfach so spaßeshalber, ohne eine berufliche Existenz dran zu hängen, fordern, dass Sauerstoff, zusätzlicher Sauerstoff, auf allen Bergen der Welt verboten werden sollte und nur in medizinischen Notfällen für den Abtransport bereitgestellt werden sollte. Auch ich war lange ein Freund dieser Idee, weil es die Berge so ein bisschen ausdünnen würde. Es würde die Bergsteiger deutlich reduzieren. Natürlich, die Arbeitsplätze und so weiter. Ich weiß, dieses Argument kenne ich. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die Bergsteiger würden weniger werden. Bergsteigen würde insgesamt wieder sehr viel anspruchsvoller werden, ab einer Höhe von, ich sag jetzt mal, 5000 Meter. Wir müssen aber anerkennen, dass im Sinne des Individualismus solche Einschränkungen eigentlich nicht zulässig wären, weil wir den Bergen ja nichts vorschreiben. Der Berg schreibt auch uns nichts vor. Wenn wir aber anfangen in dieses Gleichgewicht der sinnlosen Kommunikation zwischen Mensch und Berg, weil der eine den anderen nicht verstehen würde und könnte, weil das einfach kein denkendes Lebewesen ist. Er kann keine Meinung dazu haben, wenn ganz viele Leute auf einem Berg gehen. Nur wir können diese Meinung haben. Wenn man sich das so überlegt, dann ist es natürlich ein gefährlicher erster Stein als Teil eines großen Hauses, der Beschränkung heißt. Und auch wenn ich jemand bin, der nicht immer so ein Freiheitsliebhaber bin, der nicht immer sagt, Freiheit um jeden Preis, jeder Mensch darf und soll immer machen können, was er will. Dafür haben wir Gesetze, dafür haben wir Institutionen und so weiter. Würde ich trotzdem sagen, wo zieht man letztlich die Grenze? Oder um es frei nach Paul Preuß zu sagen, wenn wir Sicherungsmittel nutzen, wie viel ist denn dann eigentlich viel und wie viel ist wenig? Wann ist das genug und wann ist das zu viel? Wir sind gar nicht in der Lage, wir als Menschen, als Gemeinschaft, das mit einer Antwort zu belegen und allein deshalb sollten wir vorsichtig sein, wenn wir beispielsweise über die Beschränkung auf den Bergen nachdenken. Das ist das, was gerade in den Alpen passiert, in dem Hütten beispielsweise festlegen, dass Bergbesteigungen nur noch dann erlaubt sind, wenn es eine Hüttenreservierung gibt, indem man Permits einfordert beispielsweise. Das sind alles künstliche Beschränkungen, die wir Menschen auferlegen und das auf einen Berg projizieren, der überhaupt keine Meinung dazu hat. Und somit ist auch David Göttlers Argument letztlich schlüssig, wenn wir sagen, alles was geht und alles was erlaubt ist, kann, soll und darf gemacht werden. Und wir könnten es zwar kritisieren, was David Göttler leider nicht tut, wir könnten es zwar kritisieren, aber wir haben zumindest kein Recht, es als etwas Besseres oder Schlechteres darzustellen, sondern nur für uns persönlich individuell zu bewerten, ob es faktisch für uns ein Stil ist, dem wir nachgehen würden oder eben nicht und ob wir uns damit identifizieren können oder nicht. Ob die Fakten, die innerhalb eines Stils vorliegen, dementsprechend, was wir interessant finden oder nicht. Aber die Menschen, die das so betreiben, zu bewerten, das steht uns mehr oder weniger nicht zu. Ein sehr, sehr interessantes Thema meiner Meinung nach. Generell, was dürfen wir in den Bergen, was dürfen wir in den Bergen nicht. Wer hat die Berechtigung, was auf den Bergen zu tun. Und man sieht auch natürlich, dass es in gewisser Weise immer eine Doppelmoral in diesen Diskussionen gibt. Denn mir wurde beispielsweise mehr oder weniger zu Recht nach dem Kilimanjaro-Video vorgeworfen, dass ich nicht will, dass Touristen auf diesen Berg gehen. Das möchte ich bis heute abstreiten, dass ich das so gesagt habe. Das habe ich so nicht gesagt. Das möchte ich auch nicht so verstanden wissen. Aber viele Leute haben mir gesagt, aha, ja, der will, dass keine Touristen mehr auf den Kilimanjaro gehen. Aber das sind oftmals die gleichen Leute, die sagen, es sind viel zu viele Menschen auf den Everest, die da nicht hingehören. Und alleine bei der Wortwahl, allein die sprachliche Auseinandersetzung, die da nicht hingehören, nehmen wir eine Wertung vor, die uns am Ende des Tages nicht zusteht und dann in Kombination mit solchen Aussagen wie zuvor natürlich auch eine gewisse Doppelmoral mitbringen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem doch recht schwierigen Thema sozusagen habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das Thema grundsätzlich seht. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr David Göttler eigentlich kennt oder schon mal gehört habt. In diesem Sinne hoffe ich euch, hoffe ich euch, hoffe ich, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Episode, dass ich es gerade noch rauskriege, des Alpcasts, die Episode Nummer 97 gefallen hat. Falls euch übrigens dieses T-Shirt hier für alle Leute, die gerade den Video-Podcast sehen, gefällt, gefallen hat, das gibt es im Alpen Academy Merch Shop. In der Videobeschreibung unten findet ihr einen Link dazu. Das hier ist übrigens der K2. Gibt aber auch noch andere, Matterhorn, Amalablam und so weiter. Wenn euch diese Optik gefällt, gibt es für T-Shirts und Pullis zu kaufen. Ich finde das Design ganz cool, deshalb habe ich es ja gemacht und ihr unterstützt damit auch den Kanal ein bisschen. Ist ein cooles Weihnachtsgeschenk. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!